Wir sind zum siebten Part und da werden wir auch schon beschossen. Wunderbarer Anfang. Sofort attackiert zu werden. Ja, zurück zum siebten Part von Stalker Shed of Chernobyl. Und sie sind oberhalb des Agropom-Forschungsinstituts, überhaupt in Ruinen oder Katakomben. Und innerhalb dieser Militärliegenschaft am helligsten Tag um, naja, halb elf. Na ja, gleich im offenen Starten ist eigentlich keine gute und da können wir gleich die schnelle Feuerackheim verwenden. Okay, anderer Feuermodus und nachladen. Naja. Keine gerade ideale Waffe. Möte das Gewicht kurzzeitig zu verbessern. Sie muss weniger zu wiegen. Okay, getötet. Tum ausgeschaltet und naja. Drei Gegner noch. Sirene aus. Schon wieder ein unnötiges Medikit verwendet. Okay, das war sehr unnötig. Und ein Gegner sollte hier noch irgendwo rumfleuchen. Okay, der ist tot. Hm, der ist im Hauptgebäude. Naja. Gute alte Schrotflinte. Wow. Zerstört durch einfaches Rennen. Klar. Okay, hören kann ich ihn nicht. Hm. Das war's mit ihm. Keine Items. Naja. Eine Flasche Wodka. Gut. Nein. Nein. Und... Hier haben wir. Was wir gesucht haben. Ein Aktenkaffer. Militärische Dokumente besser gesagt. Oder militärische Dokumente besser gesagt. Naja, jetzt noch wie immer wieder plündern. Ah. Zum Glück erleichtert es uns das Ganze, indem... überall weiße Punkte es leicht auf dem Minimum dargestellt werden. Was das Ganze doch wesentlich einfacher macht. Ich glaube, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad ist dies nicht mehr der Fall. Also, auf Veteran und Meister denke ich. Wiegt nichts. Hm. Sehr leichter Aktenkoffer. Hätte ich auch gern. Die Stalkerrüstung brauchen wir hier zur Zeit noch nicht. Ein... Verbündeter? Wow. Da hat definitiv jemand Lust zu sterben heute. Nein. Und weitere Gegner. Das sollte jetzt das Großteil gewesen sein. Mit Plündern. Obwohl es sind noch... Naja. Durch die vielen Leichen... Drei Verstecke aufgetaucht. Und hier ist rein gar nichts. Naja. Und wieder etwas überladen. Naja. Naja. Unnötiges Gewicht. Naja. Und hier haben wir rein gar nichts. Schade. Naja. Der letzte Part war etwas kürzer, deshalb werde ich diesen wahrscheinlich etwas länger versuchen zu halten. Schlecht wenn man wieder kein Timer gestellt hat. Also noch circa... Sechs Minuten würde ich sagen. Die Würfe werden auch immer besser. Und Headshots. Headshots. Diese Waffe ebenfalls. Auf jeden Fall. Okay. Ich hab die Geek. Now. Okay. Verdammt viele Patrouillen. Es sind jetzt schon sechs Leute, die ich hier begegne auf dieser eher sinnlosen Straße. Auf der anderen Seite waren es ja gerade mal zwei. Die Flieserstraße, naja, Sechse, ist doch etwas extrem. Okay, neunhundertschuss mit dieser Waffe, das ist extrem. Wildschweine. Naja. Ich habe mir schon genug Gewicht, also von daher. Kids. Ja, de facto wieder. Gar nicht mal schwach. Das Problem, wenn man zu viel wiegt und erschöpft ist. Naja, vielleicht war das ein shiny Wildschwein. Ein graues Wildschwein. Oder ein dunkelgraues. Hier war ich kurz noch zuvor, ein paar Artefakte plündern. Leider. Naja. Naja. Zwei schwache außerhalb gespawnt. Oder bewusst außerhalb platziert von der Map. Was ist das? Okay. Despawns. Licht, Licht. Mal wieder die Schrotflinte. Das sind doch mehr. Zwei mehr. Okay. Hätte mich sowieso gewundert, wenn ich diesen damit gekillt hätte. Oh. Stark gepanzert. Aber dennoch eine schwache Waffe. Okay. Sehr gut getarnt. Naja. Okay. Doch nicht. So ganz. So ganz. Okay. Helikopter. Wieso auch nicht? Gewicht. Äh. Eigentlich Gewicht reduzieren. Naja. Zu viele Midi-Kids. Und wieder mehr. Oh. Oh. Okay. Standardwaffen. Aufmerksamkeit. Und wieder mehr. Und wieder mehr. Start. Die spawnen hier irgendwo. Genau mythisch. Hach. Schon wieder. Überall das verdammte Militär. Jetzt reicht's. Ich hab's sogar mehr oder weniger erwischt. Ich hab definitiv zu viele Militär, die hier spawnen. So viel gutes Zeug. Leise Pistole. Und schon wieder Militär. Fünf. Sechs. Eins. Zwei. 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 Nur sieben. Gut. Es waren mal sieben kleine Zwerge. Die mich bemerkten. Ich glaube dieser Bereich ist nicht mehr ganz so sicher geworden inzwischen. Jetzt wo umso mehr Militär rein stürmt und damit würde ich sagen, beende ich diesen Part. Ja, ciao.